Morgen Leute und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Vlog. Heute geht es hier um meine Dahlien und ich habe dafür zwei neue Pötte gekauft. Die müssen jetzt allerdings noch eben Löcher im Boden kriegen. Dafür brauchen wir eben ein paar Bohrer und einen Akkuschrauber. Denn die Töpfe müssen ja auf jeden Fall unten einen Ablauf haben, denn gerade Dahlien mögen auf gar keinen Fall nasse Füße. So, das Ganze hier mit einem 10er Bohrer und einfach rin. Aber hier kommen nicht diese Dahlien rein, denn die sollen immer noch in mein Beet. Aber momentan echt wenig Zeit, deswegen wird hier weiter Gas gegeben. In die Pötte kommen diese Dahlien. Die sind hier schon einen Tag vorgeweicht. Das ist einmal eine schöne Orange und eine Rote. Zeige ich euch gleich. Oder auch nicht, denn ich finde die Verpackung gerade nicht. Ah, hier ist sie. Sie ist der schlauer Fuchs. Und zwar einmal hier diese hier. Schöne gelbe mit so leicht roten Ansätzen. Und dann hier eine richtig dreifarbige, die auch richtig schön aussieht. Riemann's Firecracker. Und die Pötte werde ich so ein bisschen wie ein Hochbeet aufbauen. Ich habe hier noch Hochbeet, eine Grundfüllung, weil der Pott sehr groß ist, fülle ich sie damit aus. Ich habe sowieso keine Verwendung für, also perfektes Untermaterial. Der Vorteil daran ist jetzt, dass ich unten praktisch eine Drainageschicht habe, in dem er dann hier grobes Material drin ist, wie bei einem Hochbeet auch. Wie ihr seht, der Pott ist jetzt von unten, also 10, 15 Zentimeter gefüllt, aber der ist recht hoch, locker 50. Und dementsprechend brauche ich dann hier gleich weniger Erde. Und als nächstes habe ich hier Hochbeet-Kompost. Den Sack habe ich jetzt auch einfach noch über. Dahlien brauchen super viel Dünger. Hier ist Kompost, der gedüngt ist. Dementsprechend kann ich das hier super verwenden und werde daraus praktisch hier die nächste Schicht in meinem Pott machen. Bis oben dann die Pflanz- und Blumenerde draufkommen, wo dann die Dahlien reinkommen. Schaut euch das hier mal an. Nur das Feinste für meine Dahlien. Ich übertreibe hier natürlich. Ihr könnt die in ganz normale Erde reintun. Aber ich hatte die Säcke jetzt einfach noch. Aber schau ich das mal an, hier richtig schwatter Kompost. Da ist natürlich richtig Saft drin für die Dahlien, dass sie auch schöne Blüten bringen. Das ist wieder allerhöchste Zeit, denn hier die Dahlien schlagen überall schon aus. Aber jetzt kann ich sie ja endlich einsetzen. Und so schnell kann es gehen. Wieder zwei schicke Pötte fertig, wo dann Dahlien rauswachsen. Die Dahlien werden ungefähr einen Meter hoch. Das heißt, wenn man sich hier in Zukunft nebenkniet, sind die Blumen ungefähr hier. Als nächstes schauen wir hier bei der Feige vorbei. Schöne in der Abendsonne. Guckt euch das mal an. Die schlägt überall aus. Und das ist halt ein Riesending. Der braucht noch ein paar Tage. Aber dann ist ja wieder wie so ein Pilz hier komplett zu. Parallel sei noch mal kurz erwähnt. Hier wäre ein Ampelschirm oder auch einen anderen Schirmbrauch. 27% bis 30. Juni. Link ist unten in der Schreibung. CK Mall, da gibt es die Dinger mit einem Rabattcode. Und schauen wir auch noch mal kurz vorne in den Vorgarten. Aus dem letzten Block noch bekannt. Hier die Ecke ist ja jetzt soweit fertig. Aber hier muss ich die Tage noch los. Ich wollte eigentlich heute los, aber habe ich nicht geschafft. Hier müssen noch ein paar Stauen nennen. Und schaut euch mal an. Die Kanna hier wird jeden Tag größer. Ich freue mich schon richtig auf die Blüten. Habe ich euch ja letztens schon gezeigt. Aber die ist locker wieder 10 cm gewachsen. Allerdings soll heute auch meine Steinfigur geliefert werden. Ich warte eigentlich jeden Moment auf den Anruf, dass derjenige da ist. Und ha, wenn man von Teufel spricht. Guckt mal was hier steht. Asia-Style war gerade da. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt gekommen ist. Jetzt wird gerade noch die Sackkarre wieder eingeladen. Und dann zeige ich euch, was ich mir geholt habe. Hier mit eigener Hebebühne für die Auslieferung. Das heißt, wenn ihr aus der Gegend kommt, dann kommt dieser gute Mann hier bei euch vorbei und bringt euch die Steinfigur direkt in euren Garten. Und für die, die jetzt nicht im Bilde sind, hier steht ja meine Steinfigur. Die hat jetzt sozusagen Nachwuchs bekommen. Und hier steht der Nachwuchs. Und zwar in Form vom Tiki-König. Mit der vierstöckigen Krone, dem grimmigen Gesicht und seinem Sockel. Ich weiß, einige von euch hatten ja gesagt, lieber so ein Moakoff, also eine Osterinselfigur. Aber ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon eine Tiki-Figur und der steht im selben Gartenbereich. Dementsprechend habe ich mich dann für die Tiki-Figur entschieden. Denn sonst wären das zwei Themen gemischt gewesen. Aber mein Garten ist ja noch groß genug. Viel schlimmer ist eher das Gewusel hier. Denn das muss jetzt ja alles vorbereitet werden. Denn ungefähr da soll er dann ja später mal stehen. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Allerdings steht er jetzt hier erst mal, denn das Bild muss ja erst vorbereitet werden, die Sachen gekauft werden und und und. Er wurde jetzt nur schon mal geliefert. Und das Ganze werde ich dann auf einer Steinplatte montieren. Das zeige ich euch dann aber, weil die Figur steht so zwar fest, aber ich habe Kinder. Das heißt im Klartext, wenn die da dran rumrütteln, dann sollen die natürlich trotzdem stehen. Dementsprechend wird die mit Fliesenkleber ein bisschen fixiert. Und jetzt schaut euch mal den Brecher an. Bäm! Das ist eine Dahlie, die hier im Topf gepflanzt ist. Das letzte Mal, als ich euch gezeigt habe, war sie noch so. Und jetzt durch die warmen Tage macht die richtig Strecke. Allerdings geht auch die Misere mit den Kaninchen weiter. Ich habe jetzt einen neuen Zaun bestellt, eine neue Pfähle bestellt und der Zaun wird jetzt von 50 cm auf 1 m angehoben. Einfach aus dem Grund, ja, die kommen irgendwo da rein und es ist nicht unterm Zaun. Ich habe die Vermutung, ja, dass die oben drüber springen und mein Nachbar meinte, sowas auch schon mal gesehen zu haben. Also von daher wird jetzt der Zaun erhöht. Ist mir in den ganzen sieben Jahren, in denen ich jetzt hier wohne und anbaue, nie passiert. Aber es gibt für mein erstes Mal. Das ist dieses verflixte siebte Jahr. Und hier am Hochbeet angekommen, habe ich noch das letzte Radieschen der Sorte Eiszapfen geerntet. Jetzt sind alle Radieschen so weit weg, aber checkt mal das hier aus. Der Salat hier ist ein bisschen zerfallen, wird heute beim Grillen benutzt. Und guckt mal hier, richtig geile Klopper. Nur mal eben so zum Vergleich, meine Faust, das sind richtig schöne große Dinger, Sorte Landro. Und so langsam kommt jetzt auch der Blumenkohl. Ich habe hier oben schon so die ersten kleinen Köpfchen, kann man schon sehen. Also Wald gibt es lecker Blumenkohl. Und wenn ihr mal hier schaut, irgendein Tier gräbt hier immer diese Möhren frei. Ich lege das Ganze immer wieder zurück und nächsten Tag ist es wieder frei. Ich weiß nicht, ob ich eine Maus hier hocheiert oder so. Und ich muss unbedingt den Ampfer wegmachen. Checkt mal das aus. Boom. So groß ist er. Und hier, der ist schon wieder in Blüte. Wenn ich den jetzt stehen lasse, habe ich hier nächstes Jahr überall Ampfer. Das heißt, in einem der nächsten Vlogs werden wir uns hier rum kümmern. Ich habe auch schon die passenden Stauden rausgesucht. Hier soll ja ein Staudenbeet drumherum kommen. Vorne im Vorgarten werde ich auch noch mal ein paar Stauden setzen. Und ich habe mich auch entschieden, hier das Tulpenbeet, was da hinten entlang läuft. Da wachsen jetzt ja keine Tulpen. Die Kaninchen haben so gut wie alle Sommerblüher leider zerstört. Dementsprechend werde ich jetzt mit Stauden sozusagen die Lücken wieder füllen. Und ich habe ein paar Tests gefahren und weiß jetzt, was Kaninchen mögen und was nicht. Funkchen zum Beispiel gehören dazu. Die mögen sie nämlich nicht. Und alle anderen giftigen Sachen. Vielleicht werde ich da so eine Art blühende Giftecke machen, damit die Kaninchen das nicht wieder abfressen. Und meine Kinder, die wissen das, dass man da nicht dran bleibt. Und hier gucken wir so ein bisschen ins Schlafzimmer der Marienkäfer rein, die sich hier brav vermehren. Denn hier oben sind überall Blattläuse dran. Sollen sie mal nachkommen machen. Und auch hier den Mangold, den kann man auch schon schön beernten hier auf der Ecke. Ich werde auf jeden Fall jetzt bald das Hochbeet neu bepflanzen. Aber dann nehme ich euch natürlich mit. Und hier kommen Gurken rein, Auverginen und ja, verschiedene andere Sachen. Salate natürlich wieder. Kohlrabi darf nicht fehlen, aber das zeige ich euch dann. Und hier die ersten Stachelbeeren werden so langsam reif. Kleine Geschmacksprobe. Die war schon gut süß, im Abgang noch so ein bisschen sauer. Ein, zwei Tage noch, dann kann ich hier eine ganze Schwämme von denen ernten. Und hier habe ich schon einiges geerntet, aber auf die sind so langsam fertig, die Johannisbeeren. Gerade hier die Rüsten der weißen Johannisbeere, ich zeige es euch mal näher, die hängen immer ziemlich voll. Ah, und von Stefan, von Stefans Hobbygarten, habe ich ja mal hier einen, ach, wie heißt der jetzt noch? Mal daran riechen, ähm, Liebstöckel bekommen. Und der ist auch in Blüte gegangen. Und guck mal, wie groß der geworden ist. Über zwei Meter auf jeden Fall. Stefan, also Pflege passt. Hier die Artischocke, bildet ihre Köpfe so langsam aus. Und nochmal eine Frage an die Community. Ich vermute, Dahlien werden nicht von Kaninchen gefressen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe hier ein Beet gemacht. Da stehen überall Dahlien. Die sind noch nicht einmal angefressen worden, obwohl die hier überall wuseln und alles drumherum fressen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe ja noch eine ganze Armada und möchte da vorne ja noch ein Beet anlegen, wo ich die eigentlich alle einpflanzen soll. Muss da jetzt ein Zaun rum oder kann ich es riskieren? Was meint ihr? Und hier dasselbe. Die Brennnesseln fangen auch an, ihre Samen auszubilden. Bekannter von mir hat gesagt, die kann man rösten und werden unglaublich lecker. Aber der Aufwand, da dran zu kommen, ist mir deutlich zu hoch. Von daher, ich werde die einfach abschneiden. Und hier meine Puffbohnen, die wachsen auch richtig schön. Guckt mal, noch überall die Blüten. Aber ich habe auch schon die ersten Schoten dran. Genauso hier der Porree. Ich wollte ihn eigentlich erst ernten, aber habe dann gesehen, dass die alle schön in Blüte gegangen sind. Und jetzt lasse ich ihn wirklich aufblühen, denn ich wollte ein Video machen, Porree-Anbau von A bis Z, also von Aussaat bis wirklich Ende mit eigenen Samen nehmen und dafür lassen wir sie aufgehen. Und guck mal, wie schön die ist. Ist noch nicht richtig aufgegangen, aber die sind richtig schick hier. Auf der anderen Seite die Kartoffeln, die auch keine Kaninchen fressen. Also Kartoffeln habe ich immer genug. Und hier meine beiden Zucchini-Pflanzen wachsen schön vor sich hin. Und hier die ersten gelben werde ich dann auf dem Grillbald genießen können. Und ich werde jetzt demnächst noch mein Tomatendach aufbauen, denn ich habe noch so ein paar Tomaten sozusagen über und gerettet. Und die werde ich einfach in der Freilandhaltung anbauen, denn ich habe soweit ja keinen Platz mehr im Gewächshaus. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die meisten Tomaten kann man auch ganz gut draußen anbringen, wenn ein kleiner Dach oder ein Schutz da ist. Und selbst hier ins Gewächshaus ist ein Kaninchen reingelaufen und hat hier oben meinen Blumenkohl angefressen. Das ist so ärgerlich, der ist so groß. Und hier, check mal aus, die rote Beete ist auch schon richtig schön groß und kann eigentlich auch schon geerntet werden. Und das ist ja das, was ich meine, auch bei den ganzen Misserfolgen, die ich im Normalfall nicht mehr habe. Aber bei den Kaninchen dieses Jahr, die haben mir wirklich viele Kulturen kaputt gemacht. Und ich habe echt fast gedacht, ich kann gar nichts mehr retten. Aber na ja, es hält sich dann doch in Grenzen. Ich baue jetzt ja sowieso noch mal die zweite Flut an. Kartoffeln kommen gut durch, Zucchini kommen gut durch, dann rote Rüben, also rote Beete hat gut funktioniert, Salate sowieso, Kohlrabi habe ich eigentlich auch immer. Also von daher kann ich mich ja eigentlich nicht beschweren. Bis auf das Blütenmeer, was wir mir diesen Sommer verwehrt haben, das nehme ich denen wirklich übel. Und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall ja etwas aggressiver gegen die Vorgehen. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten handeln. Und wenn ich mir hier jetzt mal so den Rasen angucke, will der auch schon wieder gemäht werden. Das heißt, ich werde jetzt gleich erst mal den Rasenmäher rausholen. Und danach werde ich mich einer sehr wichtigen Tätigkeit widmen, dem Grillen. Und wenn ich hier mal schaue, die Hecke kann auch schon wieder getrimmt werden, damit sie wieder schick aussieht. Und die regnerisch warmen Tage der letzten Zeit haben auch hier das Stachelschweingras, was ja so gefleckt ist, richtig in die Höhe schießen lassen. Das erreicht normalerweise so eine Höhe von 1,80, also ungefähr so. Und dann steht das bis ins nächste Jahr. Und die Himbeeren sind auch bald schon wieder fertig. Da freue ich mich ja immer drauf. Die habe ich so überall an verschiedenen Stellen hier, wie hier zum Beispiel. Die sehen doch schon richtig gut aus. Das dauert nicht mehr lange. Dann kann ich auch vernünftig Himbeeren erlern. Aber jetzt muss ich erst mal noch ein bisschen aufräumen, denn bevor ich Rasenmähen kann, muss das alles hier irgendwo weichen. Wir hatten hier ein Kinderfest von meiner kleinen Tochter. Der Kindergarten war sozusagen da. Das Sommerfest, was ja zum Glück endlich wieder stattfinden konnte. Und dementsprechend stand hier eine Hüftburg rum. Hier waren verschiedene kleine Planschbecken aufgebaut. Alles war mit Sonnenschieren abgedeckt. War ein richtig schöner Tag. Aber jetzt muss ich das Ganze auch leider wieder wegräumen, denn ich brauche den Rasen frei. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao, ciao.